In diesem Video testen wir das aktuell sehr beliebte und überhaupt noch nicht groß verfügbare, weil eben sehr beliebte 90mm Makrofon OM System. Das Objektiv hat ja nicht nur in Sachen Erwartung, sondern auch vor Verkäufen wirklich so ziemlich sämtliche Rekorde gebrochen für so ein Makroobjektiv und schon vergleichbar teures Makroobjektiv. Ob es dem Hype gerecht wird, das erfahrt ihr jetzt im Test. Schauen wir uns erstmal das Objektiv ein bisschen aus der Nähe an. 453 Gramm bringt es auf die Waage, also ohne Streulichblende vorne. Das ist für so ein Objektiv, finde ich, gar nicht mal so viel. Also dafür, dass es ziemlich gut verarbeitet ist, doch schon vergleichsweise groß oder lang, sagen wir mal zumindest. Hätten mich jetzt, glaube ich, auch 100-200 Gramm mehr nicht zwingend verwundert. Also das hat man schon vergleichsweise leicht hinbekommen. Auch von der Materialwahl gut gemacht. Ihr habt so einen Teilkunststoff dran, zum Beispiel hier bei den Bedienelementen, aber auch einiges an Metall, wo man diese schöne metallische Kälte auch noch so ein bisschen fühlen kann. Selbst hier der manuelle Fokusring auch noch entsprechend wirklich schön verarbeitet mit so einer schönen Riffelung drin. Also hat man wirklich sehr vieles richtig gemacht in Sachen Verarbeitung. Was man direkt mitnehmen kann, manueller Fokusring, wie kommt man zum manuellen Fokus? Einmal nach hinten ziehen, das kennt ihr vielleicht auch von einigen Tokino-Objektiven, die nutzen einen ähnlichen Mechanismus. Also quasi Autofokus, manuell Fokus. Und ihr habt dann hier auch noch die Fokus-Skala aufgedruckt. Sonst an Schaltern habt ihr diese Fn-Taste, die ihr so halbwegs frei im Kameramenü belegen könnt. Bildstabilisator an-aus und hier oben habt ihr dann noch einen Fokus-Limiter. Die Standardposition hier mit 25 cm bis unendlich. Sozusagen eure Standardposition 25 cm entspricht ein 1 zu 1 Makro bis halt eben unendlich Einstellung. In der Mitte habt ihr wieder 25 cm bis einen halben Meter. Das ist ein Abbildungsmaßstopp von 1 zu 4, also quasi 1 zu 1, 1 zu 4 reiner Makro-Bereich. Und dann habt ihr noch diesen S-Makro. Da seid ihr dann wirklich in diesem Super-Makro drin. Eine große Spezialität des Objektivs, kommen wir dann später nochmal drauf. Ihr habt hier nämlich die Möglichkeit, bis auf 22,5 cm heranzukommen. Und das ist dann ein Abbildungsmaßstopp von 2 zu 1. Und den schaltet ihr dann erst damit frei. Also in dieser ganz normalen Standardposition ist der noch gar nicht aktiv, damit einfach der Autofokus ein bisschen weniger Bereich zum Absuchen hat. Eigentlich ganz sinnvoll gemacht, was OM System hier anbietet. Oben dran habt ihr dann, wie gesagt, die Streulichtblende mit so einem kleinen Klickschalter, um die zu arretieren. Und vorne dann noch euer 62 mm Filtergewinde. Jetzt aber natürlich zur Bildqualität des 90 mm Makro. Alles getestet an der OM System oder hier steht ja noch Olympus drauf. OM 1. Kann man sich jetzt streiten, ob es das Flaggschiff ist oder ist das immer noch die IM 1X? Ich weiß es nicht, sei es drum. Fangen wir erstmal an im Bildzentrum. Bei Offenblende ist es schon gut, nicht falsch verstehen, aber man sieht schon, so Richtung Blende 5.6 ist jetzt nicht allzu sehr abgeblendet. Wird es halt nochmal so ein ganz klein wenig knackiger Schärfe. Also da geht halt einfach noch ein bisschen was. Ähnliches Bild am Bildrand, das ist schon bei Offenblende 3.5 ziemlich gut. Also dafür, dass wir wirklich über die äußersten Bildecken reden, sieht das schon richtig gut aus. Aber auch hier bekommt ihr nochmal so ein ganz klein wenig mehr Kontrast und Detailschärfe rein. So ein bisschen Mikrokontrast, dass es halt einfach noch ein bisschen plastischer aussieht. Also wie immer halt ein bisschen abblenden hilft schon, aber wie bei so ziemlich allen Makroobjektiven, die sind schon bei Offenblende wirklich gut. Und das wirklich von einer Einstellgrenze bis so ziemlich Richtung unendlich fokussiert. Also da habe ich ehrlicherweise jetzt auch nicht viel anderes erwartet. Auch chromatische Aberrationen in den Bildecken, schon ohne Softwarekorrektur, ziemlich gut rausgeholt. Also da hat Olympus alles in einem sehr solides Paket hingepackt. Was dann allerdings sehr spannend natürlich nochmal war, dass es eben dieser besondere Makromodus oder wie verhält sich eben die Bildschärfe, wenn ihr deutlich näher nochmal rangeht, sich das ein bisschen anzuschauen. Auch da muss ich sagen, wie gesagt, selbst in diesen 2 zu 1 Makro, ich habe probiert, so nah wie möglich ranzukommen. Vielleicht war es auch 1,8 zu 1. Das ist in dem Bereich ja wirklich nur Millimeter, über die wir noch reden. Es sieht immer noch sehr, sehr gut aus. Ihr müsst da natürlich eh abblenden Richtung Blende 8, 11, 16, irgendwas in dem Bereich, um so etwas Ähnliches wie eine kleine Schärfeebene zu haben, um da wenigstens Millimeter noch scharf zu kriegen. Also so gesehen ist es bei Blende 3, 5e ziemlich irrelevant, wie die Bildschärfe aussieht, weil ihr werdet garantiert abblenden oder halt irgendwie Fokus-Stacking machen. Was ich dann auch noch sehr positiv fand, vor allem im Makro auch nochmal getestet, das ist das Bokeh. Ihr habt darin nur sieben Blendenlamellen, was schon vergleichsweise wenig ist. Also ich kenne da andere Objektive, die Richtung 9 oder 11 gehen. Auf dem Papier also dachte ich mir, ob das so schön wird. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht schon so gut aus. Und selbst wenn ihr Richtung Blende 11 oder ich bin sogar Richtung Blende 16 gegangen im Makro, habt ihr selbst bei Blende 16 immer noch ein richtig schönes, weiches, ruhiges, cremiges Bokeh im Hintergrund. Also da kann man absolut nicht meckern. Wie gesagt, auf dem Papier nicht die beste Lösung in der Praxis, aber wirklich sehr gut gelungen, was OM System da gebaut hat. Also auch da Chapeau, weil meistens so einen hohen Mikrokontrast mit einem wirklich schönen Bokeh zu kombinieren, ist nicht so richtig einfach. Hier hat man die Balance sehr gut getroffen. Also auch das tipptopp. Natürlich das Bokeh, wenn jetzt ein bisschen weiter weg fotografiert. Ich sage mal 90 Millimeter am MFT entspricht ja 180 Millimeter am Vollformat, zumindest vom Bildwinkel her. Da kann man ja auch durchaus schon mal so ein bisschen Tiere mit fotografieren, wenn man will. Da ist es natürlich nicht ganz so ruhig, wie ich es jetzt vielleicht von so einem 70-200er am Vollformat irgendwie erwarten würde. Also da kommt ihr dann garantiert nicht ran, aber es ist immer noch in Ordnung. Dann schauen wir uns jetzt mal den Autofokus des 90 Millimeter Makro an. Getestet weiterhin an der OM 1. So, jetzt bin ich knapp drei Meter, würde ich sagen, zwei bis drei Meter von der Kamera weg. Gehe mal wieder so auf sieben bis zehn Meter geschätzt Abstand irgendwie. Ja, wahrscheinlich eher sieben Meter. Denn wie eigentlich schon gesagt, ihr habt ja 180 Millimeter entsprechend klein Bild. Also das ist schon ordentlich oder ihr seid wirklich sehr nah dran vom Bildwinkel. Brauchen wir also schon guten Abstand. Es geht jetzt einmal darum zu zeigen, ihr habt einen wirklich guten Autofokus drin, der ziemlich gut und weich auch nachführen kann. B natürlich auch die Bildstabilisierung. Also ist jetzt einmal kombiniert im Objektiv drin, plus eben die Sensorstabilisierung in der Kamera. Das Ganze kann Olympus auch zu diesen Active IS zusammenschalten, der dann so bis zu sieben, siebeneinhalb Stufen kompensieren soll. Das sah bei mir im Test auf jeden Fall schon ganz gut aus, eben wenn ihr damit auch mal filmen wollt. Also auch das könnt ihr wirklich schön nutzen. Die einzige Sache, die mich dann gestört hat, ist tatsächlich der manuelle Fokus. Und zwar da, wenn ihr wirklich im extremen Makro drin seid. Das Objektiv ist ja, also ihr habt einen manuellen Fokus, der ist aber trotzdem immer noch elektrisch übersetzt. Das heißt, ihr könnt da nicht mechanisch direkt eingreifen, also stufenlos, sondern ein Motor regelt das immer nach, was ihr sozusagen ein Signal in diesen manuellen Fokusring reingibt. Und es gab für mich da immer so kleine Sprünge, die ich gesehen habe. Es war also nie fließend. Wäre es also schön, wenn man entweder die Motorensteuerung verbessert oder man muss einfach damit leben. Aber so ganz optimal ist es da noch nicht. Mein Fazit zum 90mm Makro von OM System. Um es erstmal einordnen zu können, fangen wir mal mit dem Preis an. Und ich meinte ja schon zum Eingang, es ist ja aktuell noch so in dieser, ihr müsst es quasi vorbestellen Phase, obwohl es schon stellenweise ausgeliefert wird, weil die einfach einen riesen Berg an Vorbestellungen erstmal abzuarbeiten haben. Deswegen zahlt ihr derzeit auch die UVP von 1499 Euro. Ich muss aber sagen, die ist tatsächlich ganz solide gewählt. Also jetzt selbst, wenn man mal jetzt nicht einen Vergleich anschaut, was ihr bei anderen Hausmarken bezahlt, was ja auch in einen ähnlichen Bereich reingeht. Ihr habt ein 2 zu 1 Makro. Es ist sogar ja noch Telekonverter tauglich. Also ihr könntet noch auf 4 zu 1 gehen. Also es ist schon sehr speziell und meines Wissens aktuell auch das einzige 2 zu 1 Makro mit Autofokus. Das ist ja auch immer noch sonst so eine Frage. Ja, es gibt halt andere Supermakros, aber eben nicht mehr mit Autofokus drin. Und dafür ist der Preis dann sogar ziemlich solide gewählt. Ihr habt einen guten Autofokus. Ihr habt ja gesehen, ihr könnt damit auch Sport machen. Ihr habt noch eine Bildstabilisierung mit drin. Ihr habt eine, sage ich mal, ja, kombinierte Bildstabilisierung oder diesen Sync ES, wie OM System ihn nennt, zwischen Kamera und Objektiv. Also da hat man so viele Sachen reingepackt, dass ich denke, selbst die UVP ist schon ziemlich fair gewählt. Und sagen wir mal, das Objektiv fällt in den nächsten Jahren vielleicht sogar noch 100 oder 200 Euro im Preis. Tipptopp. Also so richtig was dran zu meckern, wird schwer. Ihr habt ja gesehen, wenn, denn waren es halt Feinheiten, wie zu sagen, wenn ihr da manuell fokussiert, so diese ganz kleinen Sprünge drin, da könnte die Übersetzung noch ein bisschen besser werden. Das sind aber Sachen, die man vielleicht, ja, sage ich jetzt mal, auch noch mit einem Firmware-Update machen kann. Was haltet ihr von dem 90mm Makro? Ein paar haben es vielleicht sogar schon im Einsatz. Können auch nochmal so ihre ersten Erfahrungen damit gerne unten in die Kommentare reinhauen.